Ich bin der Gangster hier in diesem fetten Trio und ja, ey, jo. Hey, Joe, ich will auch noch was sagen. Ja, schönen Gruß an Mama, die ist voll gestraft mit uns drei. Jo, echt, ich ist voll gestraft mit uns. Wir pissen auf die Katze und all so ein Scheiß, ne? Ja, ey, voll gestraft. Ähm, okay, und was ist das da hinten für ne fette Kuh? Das ist unsere Tussi, die steigt mit uns allen dran gleichzeitig ins Bett und so weiter und... Ja, 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 mehr wollen wir gar nicht hören. Kamera, aus. Oh, sind es schon alle da? Darf ich jetzt rein? Darf ich jetzt rein? Die warten auf mich. Also bitte lass mich jetzt endlich ein, so mit Tussi. Bitte. Okay, ähm, hier lang. Danke. Oh, Mann, ist das hart, Alter. Oh, du bist voll lieblich cool. Ja, hallo. Und du siehst aus wie ein junger Mann. Ja, hallo, Mai. Wie kommst du hier mit deinem Papa an, obwohl du mal so erwachsen tust? Ist das nicht peinlich? Natürlich ist das peinlich, nicht wahr, Papa? Ja. Ja, ja, ja. Ähm, okay, wenn du das so sagen willst, gar kein Problem. Niemand schreibt dir hier irgendetwas vor. Also, Miley Cyrus, jetzt haben wir dich schon mal hier. Also erzähl uns doch ein bisschen was über die Pläne für deine Zukunft. Und, ähm, ja, genau. Ja, ich werd natürlich mein Studium machen und ich bin so blöd, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe und all so'n Scheiß, ne, ja. Kinder kriegen. Ach, du Scheiße, ich seh total fett aus. Wo habt ihr dieses Scheiß-Foto her? Sag's mir. Okay, wir, ähm, lassen uns mal nicht von den eingeblendeten Fragen da unten ablenken, sondern ich frag dich jetzt einfach, was hältst du von der fetten Seekuh neben dir? Boah, ey, die ist so fett. Die Jump-Jump bestimmt in die Luft und bleibt stehen, ey. Boah, sowas Fettes hab ich noch nie gesehen, alter, ey, boah, ey. Oh nein. Was mach ich da? Was mach ich da? Nein! Ich hab ein paar große Tüte. Ja, hast du. Okay, Selkom, wenn wir dir sagen, du musst sie jetzt küssen, weil es im Vertrag steht. Oh nein. Das werde ich bestimmt nicht tun. Du bist doch so fett, ey. Deine Maul. Äh, nein. 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 Nein, was mach ich da? Nein. Oh mein Gott, das ist widerlich, Mann. Boah, Scheiß, Alter. Was hast du gegessen? Schnurr blau, oder was? Was weißt du heute? Cut!